Moin liebe Düt, nochmal von der Messe in Freiburg. Ich stehe hier gerade vorm schwarzen Schaf und da habe ich jetzt einfach mal was Neues entdeckt. Da ist nämlich ein Farbklicks im schwarzen Schaf drin, was ich sonst nicht so kenne. Und da sitzt da schon drin die Cozy Couch. Habt ihr dieses schöne Orange hier gesehen? Merkt ihr, dass das eine durchgehende Sitzbank ist? Hat mich ein bisschen geflasht, muss ich sagen. Ich komme mal rein, ich setze mich mal zu dir. So, jetzt kann ich mich hier richtig gemütlich hinlümmeln. Ich bin schon fast auf dem Mittelplatz. Das heißt, normalerweise bin ich das ja gewohnt, dass ich hier auf meinem Pilotensitz dann sitze und dann von hier aus da schräg dann arbeite. Hier habe ich jetzt aber so eine richtige Lümmelmöglichkeit und ich kann auch einfach mal mich in die Mitte sitzen, da wo ich normalerweise durchplumpsen würde. Und ich habe trotzdem immer noch hier gemütlich Platz. Ich kann mir richtig schön hüpfen. Das gibt nach. Das federt. Das nimmt also auch den Sitzkomfort von den Pilotensitzen komplett mit rüber. Da rasch. Überleg, du hast es dir einfallen lassen. Ist noch ganz früh jetzt in der frühen Serie. Wird alles in Deutschland produziert, habe ich schon so mitbekommen. Regional, ja. War mir jetzt wichtig, ja. Wird auch nicht vorproduziert und in Regale gelegt, sondern für jeden Einzel. Dafür ist halt auch exklusiv. Ja. Ja. Und ich habe es tatsächlich nur gebaut für mich und habe jetzt fast ein Dreivierteljahr getüftelt, bis es jetzt so ist, wie es ist. Du rutschst ja auch nicht runter. Du sitzt vorne an der Kante. Ja, ich sitze hier super. Du rutschst nicht runter. Ich kann auch ganz vorne mich an die Kante dran setzen. Dann komme ich ein bisschen tiefer, was ja am Tisch vielleicht auch manchmal ganz praktisch ist. Wenn ich jetzt hier, wie im schwarzen Schaf, den Drehtisch da mal rausdrehe, dann ist es ja auch praktisch, dass ich ein kleines bisschen tiefer komme. Vorne an der Kante. Perfekt. Wenn ich hinten rausgehe, dann bin ich wieder einen kleinen Tick höher, ne? Also toller Sitzkomfort davon. Und das ist natürlich alles ein bisschen ausgeglügelt. Das sieht aus wie eine Schaumstoffmatte hier auf den Sitz gelegt. Wenn du willst, zeige ich dir das aber. Jetzt gucken wir uns an, wie das konstruktiv aussieht. Ich nehme dieses Teil, mache die Deko, Kisse weg. Ja. Ziehe mir die Cousy Couch vor. Ich habe jetzt mal das Zusatzlicht angemacht, weil hier vorne im Fahrerhaus ist es ein bisschen dunkel. Ist das für dich okay? Ist super. So, und jetzt hat man ja eine Riesenmatte, die man in dem Auto gar nicht richtig bewegen kann. Da habe ich mir natürlich auch Gedanken gemacht und meine Tests festgestellt, so geht es nicht. Also habe ich mir noch hier mehr oder weniger so ein Klappmechanismus eingebaut, damit ich diese Cousy Couch zusammenfalten kann. Wir haben hier ja wenig Platz. Ja. So, dann nehme ich mir diese. So, und plötzlich kann ich mich im ganzen Fahrzeug drehen oder aus. Und dann wird die einfach hinten aufs Bett gelegt, wenn man sie in der Fahrt gerade nicht braucht. Dann hat man die schnell weggestaut, aber genauso schnell auch wieder nach vorne geräumt. Genau. So, und das wiegt sechs Kilo. Wir Camper kämpfen immer um jedes Gramm Kilo. Ja. Das wiegt insgesamt nur sechs Kilo. Ja. Und einer trinkt dabei, logischerweise. Ich muss ja diese Lücke überprüfen. Genau. Darf ich mir dann speziell. Ganz genau. Passform genau. Dass es da auch wirklich an der Stelle liegt und liegen bleibt. Geht auch nicht. Mit vielen Brettern haben wir extra einen Schreiner dann, was entwickelt. Aber das würde zu weit gehen. Wichtig ist, dass hier der Komfort ist, weil wir verlieren. So. Keine Sekunde am Komfort. Und schon ist sie fertig. Ist fertig aufgebaut und kannst sitzen. Und jedem. Ah ne, ich kann nicht nur sitzen. Ah ja, Lümmeln. Der Lümmelmodus ist gleich wieder da. Meine Frau schläft da drin auch. Mit einem Meter 70, kein Problem. Du hast gleichzeitig einen zusätzlichen Schlafplatz gewonnen. Das ist ja auch noch wieder ein Effekt daraus. So, du warst nur gesessen, aber wenn du liegst, willst du nicht mehr aufstehen. Ja. Ist wirklich so. Das ist ein Dreischaumverfahren. Ist oben cozy. In der Mitte ist dann stabile Gummyeinlage. Ja. Und unten sind nochmal spezielle Schaumstoffe. Du hast, glaube ich, schon mal erzählt, dass du jetzt ein Schaumstoffprofi geworden bist, wenn du dich damit beschäftigt hast. Mittlerweile schon, ja. Ist wirklich nicht so einfach, wie man es sich vorstellt. Ja. Und ich möchte noch dazu sagen, ich kann diesen Vorhang hier lösen zum Reinigen. Gerade wenn man einen Hund hat oder wenn man im Eingangbereich Dreck hat, muss man nicht alles abziehen immer. Ja, das kann einzeln in die Waschmaschine. Aber ich kann es natürlich rundum. Ja. Wunderbarer. Wenn einem die Farbe mal nicht mehr gefällt, kann man auch einfach mal sagen, ey, ich bestelle bei dir mal einen neuen Bezug dafür. Schwarz. Schwarz. Ja. Scharf. Aha. 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 So. Und die haben natürlich den Riesenvorteil hier noch. Den Teuerzeug hat das verloren. Ja. Dieser Vorhang hat den Vorteil, dass ich vorne diese kalte Zugluft, die wir immer haben, ja, im Kastenwagen, wir überlegen uns, wie man... Das ist die große Kältebrücke da vorne, ja. Weg. Wir haben es getestet im Januar, weg. Ja. Das war aber der schöne Never-Effekt, weil wir es halt geschlossen haben und vorne zu ist die Kältebrücke komplett weg. Hammer. Ich kann immer umdekorieren, bestätigungsweise deine Frau, meine Frau. Ja. Immer umdekorieren. Ich kann es heute blau haben, ich kann es morgen rot haben, ich kann alles passt. Wir haben es eben gerade schon gesehen, bevor das Kissen hinging, da verbirgt sich nämlich dann auch die Rückenlehne da drin. Da werden dann einfach hier Armlehnen dann dafür verwendet und dann haust du ein Kissen davor und kannst in der Mitte sitzen und dann hast du auch eine Rückenlehne. Ja. Und wenn ich die Sitze drehe, wackeln die ja immer. Ja. Die wackeln nicht, ja. Das habe ich damit und ich habe trotzdem den gleichen Komfort, wie ich ihn hier habe. Ja. Und hier habe... Du kommst auch immer noch an den Stauraum durch den Vorhang hier vorne, wenn ich hier runtergehe, entweder ich mache nur ganz kurz, heb hoch, habe den Stauraum da unten oder wenn ich richtig mal ran will, dann wird er einfach hier mit dem Klettverschluss abgemacht bis zur Mitte und ich kann dann einladen, ausladen. Darf ich dir ein Video sagen, wie es bei uns Camper ja wirklich zugeht. Ja. Wir gehen ja rein, wir fahren irgendwo hin, egal wo. Ja. Wir kommen an, wir drehen die Sitze rum und dann fliegt erstmal alles auf die Sitze. Ja. Ja, geht der Teppich, die Karton, die Einkäufe. Ja. So. Wir machen, unser Verhalten ist aber nicht geplant gewesen, als allererstes die Kosikatsch auf die Sitze Ja. Und setze uns nach und ich kann aus dem Weg, meine Frau kann vorne vorbei, ich kann hierher sitzen, meine Frau kann, ich kann hier arbeiten, ich arbeite bei meinem, ich kann hier arbeiten, sie kann trotzdem. Ja. Ich verbau mir nichts. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, wie belastbar ist das Ganze? Ihr habt mich eben schon gesehen. Ich bin schon über 100 Kilo, sage ich. Ich sage mein Gewicht nicht genau, weil ich ja auch so viel in Videos esse. Aber ich habe hier noch einen Tester bereitgestellt. Der war auch schon beim Camper, Tobi, drin. Aber wir machen wieder den Härtetest. Tom! Und jetzt kommt Tom, unser Tester für die Kosikatsch. Ja, ist ein bisschen eng. Ja, du musst aufpassen wegen der Ablage über dir, dass du da nicht gegen donnerst. Ja. Ja. Das Mikro fliegt. Aber die Kosikatsch hält. Kosikatsch hält, aber du machst wahrscheinlich irgendwann mal durch deinen Test, die sitzt kaputt. Ja. Oder die Schuss einfach. Dafür sind sie nicht gebaut. Die großen Kautschlern. Der besitzt sich wirklich gemütlich, ne? Ja. Trotz dieser Erhöhung, muss ich sagen, ich passe an den nächsten Tisch. Ja. Ich habe mich noch besser. Ja. Und auch da gleich direkt in den Lümmeln-Modus. Und ihr seht es jetzt, ne? Wir haben immer noch einen dritten Platz frei. Ja. So. Ich kann, ich kann, ich komme mit dazu. Ja. Oh, ist auch schön. Jetzt sitzen wir hier. Haben da drüben noch Platz für zwei. Also jetzt könnten wir hier nochmal die große Runde aufmachen, ne? Ja. Das ist wirklich auch von der Breite. Man nutzt ja alles aus. Sieht so unbequem. Können uns ihn anlädern. Mhm. Du kannst die Lehne sogar, wenn du willst, schräger, oder? Ja. Ja. Ich muss nicht einschlafen. Ne, 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 ne. Aber man kann das alles weiter nutzen. Ja. Ja. Verlinke ich euch unter dem Video Kosikatsch. Vor allem hier. Also ja, Leute, ihr müsst mal gucken, wie das aussieht, ja? Drei Männer auf dem Stängelchen. Aber ich sage Kursikatsch. Was ist denn das? Es gibt kein Männer für ein Kugel. Willst du noch das Bier? Beide die Köpfe auf die Schulter hier. Oder sonst was? Hör ich das mal an. Ist das nicht goldig? Und alles auf der Kosikaut. Geil seid ihr. Toll. Super. Ein riesengroßes Dankeschön an meinen Tester. Familie Kneiss. Andrea, mach doch nochmal ein Selfie von uns, wo wir hier schön sitzen. Und jetzt gehen wir wieder in den Wacken-Modus. Wacken. Ja, du hältst mal die Kamera. Wacken-Modus. Aber halt so, dass es weiter aufgenommen wird. So. So kannst du es. Wacken-Modus. Einmal lieb und einmal böse. Einmal lieb. Und jetzt machen wir einmal Wacken-Modus. Hattest du das Bild? Das müsste ich haben. Ja, okay. Jetzt Wacken-Modus böse. Hat auch hingehauen, ne? Dieses Video soll so ein kleines bisschen so Highlights nochmal rauskramen, die ich im ersten Messe-Rundgang übersehen habe. Ich bin jetzt nochmal bei Remectro und habe dann auch nochmal ein paar YouTube-Kollegen von mir getroffen. Ursi und Helle sind gerade da. Die könnt ihr auch während der Messe hier jedes Mal von 13 bis 14 Uhr treffen. Okay, dieses Video wird erst nach der Messe kommen. Also die Gelegenheit habt ihr verpasst. Aber ich glaube, nächstes Jahr wird das auch wieder so sein. Demutlich, genau. Die Chance haben wir. Ja, ja, genau. Ich gucke die auch immer ganz gerne. Also wenn die in Frankreich unterwegs sind. Also ich habe mir schon manches von euch abgeguckt. Oh, das freut uns natürlich zu hören. Also was Positiv denn auch? Immer, immer. Wir sind keine Konkurrenz, sondern wir gucken uns gegenseitig und wir lernen voneinander und kriegen Tipps. Genauso wie ihr auch. Und wo wir jetzt bei Remectro sind, die machen Auszugssysteme. Und da habe ich hier den Chef. Und ihr habt was Neues. Ja, wir haben was Neues. Und zwar kam ein Kunde auf uns zu und hat gesagt, wir haben ein Fahrzeug dementsprechend. Den Namen möchte ich nicht nennen, wo die Gasflaschen von reingewuchtet werden müssen. Ja, habe ich auch. Dann wissen wir ja, wie das Problem ist. Und jetzt haben wir eigentlich getüffelt und getüffelt. Und haben jetzt einen Auszug erschaffen, der in der Lage ist. Man sieht ja, wie eng das ist wird hier. Denn die Gasflasche geht jetzt ganz knapp vorbei. Das heißt, wir haben eine 30er Gasflasche. Also von der Durchmesser 30. 32 auf 63. Und jetzt haben wir den Auszug fertig. Und können jetzt quasi zwei Gasflaschen dementsprechend dann im Wohnmobil versenken. Das heißt, man ist den Auszug aufs Minimum runtergebracht, damit das passt. Aufs Minimum runtergebracht. Das ist jetzt ein Prototyp. Man sieht nicht alles noch. Ja. Dann schon mit in den Durchlässe. Dann am Boden, dass das Gas nach unten abweichen kann. Und schon haben wir jetzt die neue Generation gemacht. Das ist auch noch nicht befestigt. Kommt jetzt erst nach der Messe. Wie immer. Heiß ist der Nadel gestrickt. Aber dafür sind Messen ja da, die Neuheiten zu präsentieren. Und dann habe ich gesagt, okay, das nehmen wir trotzdem mit auf die Messe. Und in der Hoffnung, dass nicht nur der, der mich da animiert hat, das zu tun, sondern dass vielleicht auch andere dann begeistert sind mit einem Mini-Auszug. Ganz, ganz tolle Idee. Ich finde das super. Und jetzt kommt nochmal einer. Da haben wir gestern einen Auftrag, einen kleinen Auftrag bekommen. Das wird dann der sogenannte Lambada-Auszug. Aha. Lass dich überraschen mit dem Lambada-Auszug. Das kriegen wir dann auf der CMT dann präsentiert. Das kriegt auf der CMT-Prässe. Sofern es funktioniert, kriegt er der Lambada-Auszug. Ja. Auf der CMT-Prässe. Mhm. Super. Richtig, ja. Da drüben haben wir noch jetzt Neuheiten. Lass uns gleich rübergehen, da können wir gleich gucken. Und zwar ganz einfach, die Zeit und die Welt bleibt nicht stehen. Wir haben auch festgestellt, der Mikro-Camper-Bereich. Ein kurzes Projekt, damit ich schneiden kann. So, jetzt wieder. So. Wir haben dann festgestellt, das wird ja immer mehr individuell, auch im Mikro-Camper-Bereich. Das heißt, Freitagnachmittag möchte ich kurz in den Angelsee oder wo auch immer. Und haben jetzt diese kleine Module, die gibt es schon. Wir sind also nicht die ersten, definitiv. Und wir haben jetzt ganz einfach gesagt, wir haben hier die sogenannte HKN-Küche. Das heißt, das ist die Heiß-Küche, das heißt das Heiße, das Grillen. Da das H, genau. Das ist das H. Noch in Aluminium wird nachher in Holz gemacht. Ja. Also alles auch von der Hygiene her deutlich besser. Ja. Und dann ist natürlich logischerweise das K auch noch dabei. Das ist dann das K. Lass mich raten, K ist kalt. Kalt ist das, ne? Aha. Und dann kommt da eh noch dazu. Und das könntest du auch mal raten, was das sein muss. Oh, nass. Nass. In der einfachsten Variante. Ja. Das gibt es natürlich auch mit Spülwäcken und so weiter und so fort. Also unsere kleine HKN-Küche für den Mikrocamper. Und dann gleichzeitig als Unterkonstruktion für das Bett dann ja gleich nutzbar, ne? Das Bett ist nachher auch dabei drin. Und zwar der Punkt ist so, dass wir nachher eigentlich nur noch in Modulen denken. Man kauft sich immer ein Grundkonzept dazu, also zum Beispiel ein Außending. Und jetzt kann ich entscheiden, möchte ich mit einem Gaskochfeld, möchte ich mit einem, was weiß ich, was auf dem Markt als möglich ist. Dann schauen wir so viel wie möglich reinzubekommen. Ja. Und im Endeffekt entscheide ich in dem Moment, wenn ich die Moduleform habe, ich nehme das eine nach links, nehme es nach rechts, nehme es da oder da hin. Also weg von der fertigen Situation, sondern modulare Situation. Finde ich auch, weil diese Minicamper haben mich auch immer schon fasziniert. Ich habe auch immer noch so im Hinterkopf, dass ich irgendwann mein Daily Driver so nochmal, auch in die Richtung nochmal trimmen will. Das ist auch nochmal für die ganz schnelle, spontane Geschichte auch nochmal geeignet ist. Warum denn? Weil die Minicamper haben einen unschlagbaren Vorteil. Das schwarze Schaf ist 2,60 Meter hoch. Es gibt ohne Ende inzwischen Durchfahrtshöhenbegrenzung an interessanten Zielen. Da kommt man mit dem Fahrzeug über zwei Meter nicht mehr durch. Das ist so, das triggert mich so ein bisschen. Und was wir auch noch haben, draußen vor der Halle brauchst du aber nicht hingehen. Da haben wir zwei Anhänger stehen. Wir machen jetzt auch Anhängerausbauten. Und der interessanteste Anhänger ist der Halligalli-Drecksau-Fest-Anhänger. Halligalli, der hört sich jetzt ja schon interessant an. Ich glaube, du lockst mich da doch noch hin. Ja, ja, das ist Wacken. Ah ja, ja, Wacken. Halligalli, Drecksau-Fest. Was ist da drin? Bier, 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 Bier. Und Garnaturen und Kühlmöglichkeiten und so ein Stehdinger. Wo steht der? Der ist jetzt noch nicht fertig, aber in Teilen ausgebaut draußen. In Teilen ausgebaut steht er? Oder Halle 4 steht er. Ich werde da gleich mal vorbeigucken. Wir werden gleich mal schauen. Das Teil, das hast du hier eigentlich nur so ein bisschen nebenbei präsentiert, aber das hat sich so bewährt, dass von dem kleinen, 44 Millimeter, von dem kleinen Gewürzgruß, da schon überhaupt nichts mehr da ist. Selbst das Ausstellungsstück verkauft. Nein, die sind alle verkauft. Die letzten ist die Situation, die neue, das sind die 60 für die großen Gewürze. Was wir jetzt halt auch auf der Messe rausfiltern möchten, was ist eigentlich die gängige Farbe. Eine gängige Farbe ist jetzt nicht blau unbedingt. Was wir jetzt experimentiert haben, eine Farbe, die ungefähr in die Richtung geht. Und da ist im Kunststoff 60 Prozent Holzanteil drin. Das heißt also, auch da wandelt sich etwas. Und auch da werden wir weitermachen und auf den nächsten Messen das dann auch vorstellen. Ja, ist nicht Aluminium, auch wenn es so aussieht. Also habe ich jetzt wirklich deswegen mal hingefasst. Aber fühlt sich sehr schön an. 3D-Druck gehe ich von außen. Schön. Und da haben da viele, also zwischenzeitlich schon einige Gadgets gemacht mit 3D-Druck. Nicht, dass Sie denken, das ist alles in einem Stück gefilmt. Zwei Stunden später. Zwei Stunden später. Strahlender Sonnenschein. Vier Biere und ein Bratwurstbrötchen. Genau. Jetzt stehen wir am Anhänger. Erklär ihn uns. Gut, also wir haben hier einen Anhänger stehen, wo wir einfach Ideen eingebaut haben. Angefangen hier unten ein kleines Fach, wo man eine Biergarnitur reinmachen kann. Oder wenn es mal ganz schnell gehen sollte, einen kleinen Tisch ausziehen kann. Oh ja. Weiter drüber haben wir die ganz normale Standardgeschichte von Regalauszügen halt ein bisschen länger gemacht. So wie man es von euch kennt. Wie man es von uns kennt. Wir haben natürlich gesagt, falls man Langteile hat oder Zeltutensilien hat, haben wir hier eine Wanne. Ja, schönes Beispiel auch. Das wäre mein Vorzelt in Wacken zum Beispiel. So, genau das. Für Wacken unbedingt notwendig. Und das hier ist, um die Dinger rauszunehmen, ganz normal. Also jetzt ohne Auszug. Einfach mal zeigen, was so möglich ist. Richtig. Hier auf der Seite haben wir dann die große Kühlbox drin. Wenn man dann dementsprechend mal ein bisschen mehr Bier dabei hat. Also dieses Mukubo. Ich bin der Partner davon. Das heißt, wir verkaufen das in Auftrag oder in Lizenz. Man muss sich mal das vorstellen. Denn da haben wir WMF-Besteck drin. Hier haben wir quasi Gläser drin. Und alles passt vorm. Und da hat man alles kontakt in einem Modul drin. Wunderbar. Und hier drunter haben wir dann noch Schüsseln und haben dann die Kaffeetassen drin. Wir haben hier nochmal den Faltkochtopf, den man auf den Herd stellen kann. Hinterher haben wir Waschmaschine drin. Warte, ich mach mal das Zusatzlicht an. Jawohl. Da hinten auch eine Waschmaschine drin. Da ist also wirklich hier das Rundum-Sorglos-Paket. Und ganz links hinten natürlich die Port-up-Body. Oh ja. Ja. Also perfekt fürs Festival. Fürs Festival. Und haben hier noch ein 270-Grad-Zelt dran. Ja. Wo wir aufstellen können. Und das ist eine Studie für die Racer am Wochenende. Statt zum E-Roller kommt dann die große Maschine rein. Und haben dann ein bisschen Werkbank. Haben hier noch ein Klappbett. Hier hinten haben wir dann Wasser und Gas zum Kochen. Das wäre jetzt zum Beispiel der zweite Hänger. Was man nicht alles hier bei euch bei Remectro finden kann. Richtig. Also Link unter dem Video und alles Weitere klärt ihr mit dem netten jungen Herrn, den ich jetzt wieder an sein Bratwurstbrötchen wieder zurück entlasse. Jetzt ist er auch schon voll. Wenn wir das einfach ausleeren. Man sieht ja, der rollt ja hier auf Teppich, Tischdecken, Holz damit könnten. Der rollt aber auch genauso auf glatten Flächen. Wenn ich jetzt hier mal was hinlege, sieht man, es fliegt alles ins Gerät hinein. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier falsche Größe hätte, so gerne auch da rein. Sand vom Strand im Eingangsbereich. Der Klassiker. Machen wir den Deckel zu. Damit das Ganze auch hier drin bleibt. Rollt ein paar Mal hin und her. Und dann ist das alles sauber und eingesammelt. auf einen feinen kleinen Primmel. Dieselben Primmel kann ich jetzt hier mal auf so eine Automat ein bisschen einarbeiten. Hier bringt es nichts. Wenn ich hier locker rüberroll, dann nimmt er nur auf, was oben aufhört. Da muss ich ein bisschen fester draufdrücken. Dann greift er tief in den Hohren von Teppich, Automaten, Sitzholzlern, und holt neben auch Tierhaare, Fusseln, Fusseln, Deine Steine, Konsanten, Hand, hier raus, das ist alles gesammelt im Gerät. Mal ausklopfen, geht das wieder weiter. Und das Schöne ist, das kann jeder bedienen. Wenn Sie mögen, probieren Sie es aus. Sie spielen einfach auf drei Stunden. Spiel mal gerne. Ja, so ein Gerät kostet auch keine 50 Euro, wie so ein Akkustaub, glaube ich. Da ist ja kein Akku drin. Ein Gerät kostet ein Zehner, genau, Längsrollen. Ja, perfekt. Ein Gerät ein Zehner, zwei Stück 15, drei Stück 20. Da hat man einen Zuhause, einen Wohnmobil, einen Pkw, immer griffbereit da, wo die Klinik ist. So ist das gedacht. Er macht das wie von alleine, wie ein elektrisches Geleg, nur halt eben ohne Strom und ohne Batterie. So ist das gedacht. Das ist ja auch umdrehen. Genau, ja. Und dann umdrehen, aufmachen, das haben Sie alles eingesetzt. So einfach. In drei Farben. In vier Farben. Und die Farbe dürfen Sie sich raussuchen, das ist im Preis mit drin hier. Darf man auch zwei kaufen? Ja, selbstverständlich. Also einer 10, zwei Stück 15, drei Stück 20, ist immer gestaffelt. Ich nehme was für Stefanie. Und so wie bei der Dame eben geht, der preist den ganzen Tag, wenn Sie jetzt einen für den Zehner mitnehmen und Sie kommen in einer Stunde, kriegen Sie dann fünf und vier Geräte. Ich zahle erstmal beide, ne? Also wir haben jetzt erstmal zwei, bei drei sind wir bei wieviel? Drei Stück 20. Guck, dann sind das 20, ne? Und dann haben wir die drei. Und desto mehr sparen Sie, wenn man abdecker essen geht, von dem ganzen Geld, was man hier sparen kann. Zack. Drei Stück oder? Drei Stück. Ne? Die zwei sind für euch. Genau dafür bin ich jetzt nämlich hier rüber gegangen. Solche kleinen Gimmicks, wie diese Bürste jetzt. Der hat mich auf Anhieb, der hat mich gehabt, der hat mich überzeugt, dann nehme ich sowas auch mal mit. Und ihr seid natürlich auch im Messerundgang mit drin, das heißt, wenn ihr sowas haben wollt, und ihr kommt nicht zur Messe, dann wendet ihr euch an www.tfcamper.de. Ne? Perfekt. Siehst du wohl. Entschuldigung. Das ist jetzt ein bisschen ein bunt gemischtes Video. Habe ich den mit der Bürste übersehen, haben aber am Lagerfeuer lange drüber gesprochen. Kam gut, hat mich überzeugt, nehme ich gerne mit, weil ich habe genau diese Probleme im Schwarzen Schaf immer. Wollen wir mal gucken, wie gut sich das dann in der Praxis bewährt. Und die Cosi-Couch, die steht wirklich ganz in einer ganz anderen Halle. Beim Pössl-Stand ist er mit untergebracht. Das wollte ich euch unbedingt noch zeigen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir ein Like da, lasst mir ein Abo da. Wer nicht abonnieren will, ist nicht so schlimm. Aber ihr verpasst keine Videos mehr und ich freue mich über jedes eure Abos. Bis zum nächsten Mal. Euer Michael. Ich bogeでした. Och, schön. Ich weiß jedes Mal. Vielen Dank.